Stopp! Stopp! Ey, du hast da was im Gesicht! Du Dreckiger Hund! Au! Mann! Willkommen zurück zu The Evil Within Folge 3 So, letztes Mal sind wir im Haus gewesen und haben irgendwas verbessert Und ich würde mal sagen, F war... Ich muss jetzt noch ein bisschen in die Steuerung Okay, okay Okay, warum auch immer Die Steuerung lehrt, dass die Schleicherangriffe... Okay, Schleicherangriffe, Töter, also die Gegner, die dich nicht bemerkt haben Ach, das sind... Aber auch... Ich wusste gar nicht, dass hier auch Zombies mitspielen Also, das... Ich dachte, es geht nur um diesen... Fleischerputzi Mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt Weil ich habe die Grafik ein bisschen runtergestellt und seitdem läuft das flüssig Also, die Lacks sind nicht mehr da Und ich bin glücklich So, wer ist jetzt reingelaufen? Hier ist irgendwer reingelaufen eben Kann ich... Ne, kann ich nicht Da! Dem scheint es aber ganz gut zu gehen, ne? Ey, Bro! Bro! Ey! Bro! Ey! Bro! Ey! Hey! Bro! 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 Ey! Bro! Du hast was vergessen! Wo ist er? Oh, bitte nicht Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte... Man kann die Tür natürlich auch sehr unzart aufmachen Das sah gerade voll genial aus Okay, ich wollte eigentlich nur ganz leicht aufmachen und er tritt gleich mal... Tritt die Scheiße gleich mal kaputt So... Okay... Ich mach mal meinen Gaming-Modus an Dann wird die Kontraste alle bis... Ah, warte... Moment Das wollte ich... Achso Hey! Seid ihr hier aus der Gegend? Ich hab keine Ahnung wo... Geh nicht weiter... Ach... 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 Ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Nein. Nein, bitte hat er mich nicht gesehen. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Okay, ähm. Ach, Fassion, alle. Stopp. Stopp. Ey, du hast da was im Gesicht. Du Dreckiger Hund. Au. Mann. Ah. Verpiss dich, du dreckiger Hurensohn. Pimmel, Alter. Und weiter geht's. So. Och, komm schon. Das ist doch nicht dein verfickter Ernst. Stopp. 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 Jetzt ist er tot. Aber ich glaube, sein Freund der Sonne hat mich entdeckt, oder? Nee. Ah, er hat, ähm. Was fallen lassen. Jetzt habe ich Kugeln. Ähm. Genau. Darauf wollte ich warten, bis wir uns regeneriert haben. Irgendwas wollte ich gerade noch machen. Ich weiß aber gar nicht, was. So. Ich glaube, hier war noch eine Flasche, oder? War hier nur eine. Da. Ja. Komm. Och, komm. Jetzt muss er erst nachhören. Jetzt. Super. Toll. Haha. Mein Lamm ist heiß. Okay. Gut. Das hat sich dann mal erledigt mit dem Erschießen. Da uns der erste ja eben schon fast schlagen. Oh. Ach, genau. Den können wir doch aus dem Hinterhall töten. Toll. Und ich Idiot. Aber ich schieße zweimal auf den und... Ich war genau drauf. Blätter bitte stehen. Blätter stehen. Blätter stehen. La 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 la. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. So. Der Bruder hat was fallen lassen. Nö. Stopp. 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 So. Schau mal, der ist tot. Oh, was ist hier? Oh. Notiz aus Seegemeinde. Seit wann gibt es hier ein Leuchtturm am See? Stand der schon immer da? Das kreisende Licht streift mich. Ich trink mich. Ich habe das Gefühl, dass es jedes Mal etwas mitnimmt. Aber ich weiß es nicht, was es ist. Okay. Also ich hatte letztes Mal, als ich das Spiel gestartet hatte, die Balken entfernt mit der Konsole. Aber ich habe keine Lust, jedes Mal... das... den Befehl wieder einzugeben. Deswegen lasse ich das jetzt einfach so. und... ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, die steht wieder auf, aber ich will mein Streichholz dafür nicht verschwenden. Was haben wir da? Oh, Spritzen! Ähm... Ähm... Ah, uhuuhu! Und jetzt kommen wir hier wieder raus. Okay. Ich dachte... Oh, da liegt was? Ne. Es sind nur die zwei Brudis hier gewesen. Ich traue ihr nicht. Die lebt hundertprozentig noch, aber hier ist halt noch nichts mehr. Ich dachte, hier wäre irgendwas Spannendes noch, aber gut, dann können wir ja weiterhören. Uhuuhu! Ja. Puh! Ähm... Die Sprengfalle. Sehr einfallsreich. Oh, da ist auch ein Kollege. Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Okay. Munition, alle? Oh, ist aber auch hell. Yo, 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 yo. Genau! Jetzt weiß ich, was ich eben machen wollte. Optionen. Grafik. Ähm... Herrlichkeit. So. Jetzt könnt ihr ein bisschen besser sehen und ich auch. Ähm... So. Düp-düp-düp-düp-düp-düp-düp-düp-düp. So, den Brudi da? Digga. Ich will das Spiel nicht spielen. Ich hoffe, wenn wir durchs Gras laufen, sehen die uns nicht. Kann ich auch nicht. Fühl ich in der Laterne? Ich weiß noch, warum auch Zombies. Hä? Hier kann man irgendwas verbrennen. Ich weiß aber nicht was. Oh, da ist noch einer. Ähm... Okay, können wir hier durchhören? Ich komme irgendwie nicht an denen vorbei. So... So... Ah, wer da sind? Oh, 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 okay. Ähm. Yay! Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Mann. War das nicht so laut, war das kein Problem. Man, der Vollidiot in seine eigene Sprengballe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, lauf, 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 lauf. Oh, komm bitte, der hat uns doch nicht gesehen, oder? Stopp! Du dreckiger Hund! Oh mein Gott. Oh. Der ist ein bisschen schneller gestorben. Wow. Bärenfallen. Es gibt auch Bärenfallen. Was hat dieses Spiel eigentlich nicht, um das Leben schwer zu machen, echt? Da ist noch eine. Jetzt wüsste ich leer, hast du... Ja, genau. Jo. Geil. Na du, Brudi? Stirb. GG! Wuhu! Hop, 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 hop. Mann. Die waren überall. Ich wusste auch gar nicht, wo ich langlaufen sollte. Nein. Ähm. Okay. Also letztes Mal sind wir da langlaufen, dem aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, die Idee war gar nicht so schlecht. So. Sind wir denen umgangen? Jetzt stand da oben noch einer. Ah. Was passiert, wenn ich das hier verbrenne? Werden die davon angelockt? Okay, er steht immer noch da. Guuuut. Aber den können wir jetzt wenigstens von hinten ausschalten. So. Wie viele es von diesen hässlichen Spassen gibt. Ja, warte. Wir gucken erst mal, was wir in dem Haus hier finden. Der stand ja bestimmt nicht ohne Grund davor. Oh. Eine Flasche. Ich will da. Hallo. Streichhölzer. Yay. Munition. Yay. So, jetzt kann ich den Bruder hier verbrennen. Und dann hole ich mir neue Streichhölzer. Das Ding ist, wenn ich den jetzt abschieße, kommen auf jeden Fall neue. Das heißt, ich würde mal sagen, machen wir mal den hier. So, da oben ist einer. Ich glaube, es ist nur der hier, oder? So. Was ist das hier? Einer. Komm schon. Ja. Gut. Oh, ein toter Broody. So. Der stand bestimmt auch nicht ohne Grund vor dem Haus hier. Ja, tritt das Haus, tritt die Tür auf. Oh. Spritze. So, was haben wir hier noch? Oh, ein Kartenfragment. Kartenfragment. So. Munition. Verstecken brauchen wir uns ja nicht. So. Wieder so eine hässliche Sprengvolle. Zack. Hallo, hallo, hallo. Ich will da hin. Denn hier liegt was. Oh mein Gott. Stopp. Haha. Und ein Schlüssel. Was auch immer uns der Schlüssel bringt. Gut, seine Waffe ist mitverbrannt. Äh. Überall diese Sprengfallen, ey. Voll nicht einladend. So. Verstecken. Ach, man kann sich unterm Bett verstecken. Cool. Ähm. Ach. Oh. Die sieht normal aus. Können wir liegen lassen, glaube ich. Aber hier ist ein... Nee, kann man nicht leben. Gut. Dann... Können wir ja mal wieder rausgehen. So. Dann wird das auch abgehackt. Ach so. Hier ist das Fenster, wo wir eben waren. Okay. Okay. So. Dann war einer noch in dem Haus. Einer war noch vor der Tür draußen. Ich glaube... Nee. Springen wir wieder zurück. Springen wir zurück. Hallo. Ähm. Da hinten... Da ist einer. Da vorne war noch einer mit einer Fackel. Ich weiß aber nicht, wo genau der ist. Da ist er. Gut. Dann würde ich sagen, können wir uns erstmal um den... Ich weiß zwar noch nicht ganz wie. Ja, das bietet sich ja an. La 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 la. Stop. Bup, bup, bup. So. So, jetzt haben wir einen One-Hit für einen Zombie. Okay. Okay. Hier war jetzt eine Falle. Genau. Die entschärfen wir jetzt. Damit wir dann... Hier drinnen war noch was. So. Dedeedeedeedeede. Was ist hier noch? Oh, Spritz... Spritzi, Spritzi. Gut. Rousey, Rouse, Rouse, mit dir. So. Hier in dem Haus war auf jeden Fall noch einer drin, das weiß ich. Das ist auch nicht schwer zu wissen, weil er uns eben getötet hat. Hat er uns gesehen? Oh, ja. Ähm. Ich mach das mal so ein bisschen taktischer. Na. Jetzt verreckt endlich. Ich will nicht. So. Jetzt höre ich keine mehr. Ich glaub jetzt haben wir alle. Oh, da ist noch ein bisschen Gleitgel. So. Hier ist noch eine Trap. Gut. Ich würde mal sagen, dafür, dass wir einmal gestorben sind, haben wir das noch rüberring gelöst. Hier sind auch überall Fallen. Das sind schlaue Zombies. Die ersten schlauen Zombies, die ich kenne. So. 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 Dann müssen wir wohl jetzt hier durch, oder? Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Was ist denn? Stirb, verbrenn, verbrenn, verbrenn. So. Oh nö, ich will nicht sterben. Nein, 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 nein. Boah, Alter. Stirb jetzt. Nur weil ich keine Munition mehr habe, bist du nicht. Stirb. Endlich. So. Jetzt machen wir... Ganz fast die Tür auf. Und Kontrollpunkt. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, kommt jetzt die Endcut und die nächste Folge werde ich jetzt gleich wahrscheinlich aufnehmen. Bis dann. So Leute, auf der linken Seite findet ihr mein letztes Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Abo da und ein Like. Ich würde mich darüber freuen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Entweder heißt schlechte Unterhaltung und Kartoffeln. Dann. 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 Dann.